guter vorbild okay dann so heute spielen wir heute wieder eine weitere folge der der Leitmann der Schubbaufnahmen zu starten ja Prozent hier ist das Leben die Begründung so bereiten 3 2 1 1900 aber herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Dereck 1900 ich habe immer noch nicht voll gestartet das ist zwei aufnahmestartsversuche sind wir jetzt schon jetzt wieder aufnehmen leider nicht zu dritt 4 3 2 1 1900 ok warte mal so herzlich willkommen zu einer ersten folge der fedelekt da mit mir und den elli badboy und martin ja und ihr wisst ja dass hat der mieter und er hat fluch ruin wenn ihr es noch nicht wisst alle tot umser besten zerstören dass er nicht erst mal welche suchen wo mein essen ist hier wird schon essen weiß doch wir sind wir haben wir sind alle so die mitzessen haben hier wir sind alle an der haut und knochen also das ist alles schön das ist schön Ach, jetzt hat er die richtig You suck, mein Dick Ich teleportier mich, nice Ist er das? Ich habe hier auch jemanden, der jetzt teleportiert, das ist der Tiller Der soll was auch nicht machen, sollte Oh, nein, du kommst in die Kruppe Du bist ein Schiff mit Tile, Leute Für mich ist es zu ernst Das ist wie verarscht So, ich müsste noch Ellie finden Oh hell no! Ich nehme jetzt ernsthaft diesen hier Wo ist Ellie? Er ist mein S Wo bist du? Okay, ein Daumen runter in die Mitte Weil er den Haken genau neben mich genommen hat Wenn er eine Folge raus ist, wird es einen runter Was zum? Das ist nicht Ich kann mich nicht da durchdreutieren Das ist doch Hälter Du bist der Nörste erniedelt Das ist nur durch eine 1, die wir sind nicht gewendet worden Das ist nicht, wo ist der? Hallo, reden sie? Sie sollen noch nicht campen oder so? Nein, ich camp schon nicht Trotzdem hast du noch die zweite Account Und dann Ellie, komm her No, guck mal Ellie Okay, njam 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 Make your choice Oh ne, das mag ich nicht Ne, ist auch nicht Achso Ja, wohin ich hab wen oder Ahnung Oho Habt ihr ihn jetzt schon gefunden oder was? Nö Ähm Okay, weil die versteckt sich irgendwie sehr gut Warte mal Ich hab das Gefühl, Ellie versteckt sich immer am Schränken Ey, komm schon, so einen hab ich auch schon wieder nicht Doch Doch bist du Hätt das dir wohl, Klaas Habt überhaupt noch nie einen Schrank, hier noch keinen Schrank gesehen bisher Du kommst jetzt sofort her Du kommst jetzt sofort her Du kommst jetzt sofort Du kommst jetzt sofort her Du kommst jetzt sofort her Aaaaaaah Doch Zehn ihn doch einfach mal Zoos Szy und Taktillon Lilly hast du Perks ausgewählt? Ich komm so hoch Nein, ich verurschte. Hau Höll, no. Hallo Schlüge, doch gut. Das sehe ich nicht wieder. Wenn er mich einmal sieht, will er mich direkt für haben. Neee! Was? Was ist denn jetzt wieder los hier? Weil die Leute nur schreien. Aus dem Fenster. Okay, was machst du denn? Weil du hörst aus deiner Straße nur schreien. Was? Jui! Oh, hi! Der Arschloch, komm her! Oh, fuck, nein! Okay, das ist jetzt nur von dir. Ja, das ist doch. Ja, danke. Bitte, ich mach dir immer wieder gerne Komplimente. Hä? Ich track's jetzt gar nicht. Ich hab dich eigentlich getroffen. Ja, noch 200 Tonnen. Und das... Einen Generator, den ich gemacht hab, der war von Weihnachtsfestig. Hast du den Fettigsturm oder sowas? Nein, dann war von dem Fettigsturm. Der braucht nur noch ein bisschen. Hä? Nein. 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 Ah, Trafik geht zum Schrank. Okay. Oh nein, Trafik geht zur Position verraten. Ich hab einen Schrank hinter dir. Ich hab schon wieder die Schränke auf der Wind. Da muss ich mir in Position noch nicht mehr verraten. Als Teleportation ist man ein bisschen so von mir. Was kann man lassen denn hier? Scheiß Du fährst dich wenn Leute nahe gehen mit der Kettensiedel und transportierst dich nach den Leuten raus Ja Wer hat die eigentlich pilotiert? Er trägt dann nicht die Fress Oder eine Option auch für Einzelklipverbietung, da ist auch die verboten Die sind ja freut mich nicht Ich glaube, ich bin ein Spinner Ja, aber so öfters Halt's mal an. Ey, das ist nicht normal! Man hat... Ey! Ich bin nicht fett. Ja, ich war grad nicht... ich konnte nicht durchpassen. Er wird gehört auf mich. Elias Tür... Ding, Ding. Hä? Wie kann man sich denn so schnell verstecken? Gut, das geht. Ja, weil ihr da nur scheiß Sprintboots benutzt. Das war noch nicht mal Sprintboots. Ich häng jetzt mal. Na, was brauch. Ey, die hauen nicht gleich alle ab. Die stehen am Ausland schon. Die hauen nicht gleich ab. Mika kann sein, dass du denkst, dass... No one is up to death. Wie? Ja, schau. 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 Ey, das ist nicht normal! Meine scheiß volle Position! Die kann nicht mal weiter... nach vorne. Ja, schau. Ja, schau. Ja, schau. Ja, schau. Komm her. Nee, 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 nee. Nee, da kannst du mal weggehen. Ey, was soll man... Alter, Mann. Wie kann man... Wie kann man... Killer? Nee. Ihr könnt mal... Nee, wenn Killer mal vor mir ist... Okay, nee, dumm mit denen. Der toppt. Hey! Ciao! Ja! Hast du denn da Sprintboost noch, Peter? Das ist zu dumm. Das ist einfach dumm. Ich hab keinen Sprintboost. Ja. Nee, das... Nee, ich hab was anderes. Ach, die Punten würden ganz schnell zählen, oder? Ja, Peter, wir müssen immer nur das Schleichen. Ich hab diesmal ganz Landing genommen. Ja, nur städte Infektion. Exaktion, Ellie natürlich auch noch so. Ellie! Ja, gut! Nächste Folge ist Ellie-Killer. Yay! Ja, ey. Ich glaube, das packen wir vielleicht... Ja, die Folge war dann nur 30 Minuten. Ja, gut. Könnt's mal in Wilde schauen. So, dann gehen wir mal wieder die... Ich fände das einfach doof, warum ich keinen getrillt habe. Ey, manchmal gibt's halt Tage, da schafft man... Da kriegt man halt mal keinen Tod. Da trafst du. Ellie, I love you. Und ich will... Ich will auch die Erfahrung. Ja, will es schon. Was du auch fa... Er ist so selber rausgegangen. See, yeah, gut. Ich bin gut. Du wirst du das. Ey. Ja. Okay, da hast du auch wieder wohl rechts. Ey, Ellie. Ist der Stimme am Schicken? Hm. Wenn das Bad Rang ist, dann auf jeden Fall nicht. Nein, was anderes. Okay, dann. Etwas lustiger. Lustigeres. Ich schuze gleich auf Erfälle. Oh, scheiße. Das wird nicht so wirklich... Äh, angenommen. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Was ist denn da los? Oh, Mann. Ach, Mann. Hm. Nee. Das ist... ...är puis... Oder vielleicht kann ich's dir ja so schicken. Hey, das passiert, wenn ich dich sehe. Na gut, jetzt bin ich mal interessant, was passiert. So, jetzt mal die Spur. Hast du es gesehen? Ja. Mika, du musst halt sich überleben. Ich will noch einmal kurz eine Kühlerrunde machen. Na gut, ich bin mit deinem Elie. Nein, das ist nicht schlecht. Ich will noch eine zweite reinhauen, dann ist es dann auch die letzte für die Folge. Die Folge geht immer noch weiter. Ja, aber ich meine, wenn wir jetzt noch eine Runde machen, dann ist das die letzte Woche auch. Weil dann müsste der Schloss etwa bei 30 Minuten schon sein. Achso, Mika ist das normal, na gut, dann. Ich habe doch gerade gesagt, ich will noch eine Killerrunde machen. Ja, Mika will noch mal gucken. Ah, ich bin Taube. Und Elie war es geil. Auf jeden. Da würde ich mal sagen, wir machen jetzt so vier oder acht. Was? Wenn wir sozusagen vier machen, hätten wir eine Runde oder wir machen zwei Toilette Runden. Ich meine, dass wir sozusagen eine Toilette Runden, dass jeder mal Killer ist. Ja. Ja. Wenn da ein Kuss ist, mal gucken, ob wir einmal durchmachen oder haben wir mehrmals nicht durchmachen. Also ich würde sagen, wir machen das jetzt wieder mal mit. Hab ich das nicht mehr eingeschnitten? Die Zuschauer denken sich déjà vu. Aber nein, die Audiospur ist ja anwesend. Was für eine Audiospur? Ich meine, die Kommentare sind jetzt anders. Wenn wir jetzt genauso die selben Kommentare wie vorhin gemacht hätten, dann so déjà vu, hä? Jetzt machen wir das selbe? Oder ich schneide das einfach so rein. Oder nee, das war dir. Na, keine Ahnung. ich hoffe nach der folge können damit er mal gucken ob es denn alles läuft alles so gelaufen ist ich meine dass die folge nicht drückt wird sein ja nicht so wie bei mir die wisst man ja nicht mein scheiß dad mein dad bei der das ist abgestürzt ich glaube ich glaube ich habe das ist mir noch passiert nicht raus ist bei der nicht mit peter nur einmal ganz ganz früher wo es noch mal war zum glück ist sagte ich mir die sind im behandlungsbereich ok dann in die nubi so dann tritt der hier wieder eine einladung ja ich bin eingeladen im vip bereich nicht ganz leer also dann hier füttert das ach ja stimmt jetzt machen wir noch die die mir jetzt leise hier das sind die beiden das ist das video das ist das video das ist das video das sind die teile sind alles woher kommt die farbe da bin ich wieder nach mal sieht's noch den unterschied ja die die das mit das ist ja nicht so tippchen, ich muss eh noch was tippchen davon soo, falls ich mir nicht tot verletzt mache soo, welchen titel denn lassen wir auf 3 die müssen nicht... das ist intensiv die er ist auch bereit ist Peter da I don't know 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 hmmm ach he je währenddessen müssen wir mal was am propisesten zu ziehen rumschucken hm hm ich meine wegen deiner intro sache hast du das intro nicht mehr schneller gefunden hm 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 nehm ich auch mal den da man sich so auch vielleicht ein auto mal gucken wenn man was müsste ich ja noch mal gucken wie man so zu das einfacher bände links ich hätte ich gerade was erwähnen muss ich trinken kann ich das am bearbeiten wieder die runde hat ja noch gar nicht gestartet ja sie ist das sie ist doch ich hab gewascht ich hab ich so ich war nur kurz auf der Toilette ja ja die andere wollten schon starten oh ne hm 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 m hm 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 n hm und h h Ich weiß nicht, ist das zwei Doof und zwei Doof und ein Gedanke? Ich hab das immer noch. Alle Runden damit ich gerade durch dieses Selfie beteil. Wie dunkel wird's das bitte? Dann will ich da was anderes nehmen oder dann kommt das auch wieder ein Doppel. Vielleicht sollten wir mal Kisten nehmen. Nein, das ist ein Doppel. Glaub ich auch. Oh je. Jetzt gibt's gleich Mod. Ja. 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 Ich muss gerade jemand mich verwaltigen. Ach nein, wir aktivieren mal kurz die Ansole. Wir machen das so mitgerissen und in der unsichtbaren Alpha Wand steht. Warte, ich aktiviere meine Hacks. Speedhack. Ja, nee. Wir bräuchten andere Hacks, die den Killer in der Stelle stehen lassen. Vielleicht mal Speedhack aktivieren. Hör auf. Sonst gibt's gleich ne Pfeile ins Gesicht. Und dann auf jeden Fall noch was auf den Pfeil machen. Und dann auf jeden Fall noch was auf den Pfeil machen. Und dann auf jeden Fall noch was auf den Pfeil machen. Und dann auf jeden Fall noch was auf den Pfeil machen. Und dann auf jeden Fall noch was auf den Pfeil machen. Oh ja. Aua. Ich bin schon unterwegs. Ich bin eine Sack, das ist ja kein Schluck. Oh ja. Kannst du mitlaufen oder kann? Ja. Ja Ne, das wird schon gleich nicht mehr, aber haben sich das geändert Ne, du musst nur eins drücken, dann kommst du da weg War das schon immer so? Ja Da war ein Baum Was wollen sie? Töten Nein Töten ist nicht egal, doch Das ist Schläge Das ist ein Baum Woh! Woh! Könnt ja auch mal reden Peter war auf der anderen Seite Muss ich mir wieder Neu-Ex holen Wie viel hat man denn überhaupt ins Gesamt nochmal? Er hat nur noch einen Das ist nicht verarscht, kannst du nicht von anders hingehen Hey, der haut da ab, der hat einen Schlüssel Wer hat einen Schlüssel? Die vierte Person, die anwesend ist und sich verkeitsackt hat Die man nur am Boden liegen sieht Ach je, also... Oh je... Machen sie Beiltraining? Ja 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 Okay, komisch, warum man immer so schnell weg ist. Vor allem die Krattschpunten sind eh so kacke, weil die immer nur, welche nur verwirren lassen. Ich seh eh nicht die anderen, also. Was war das denn? Weiß nicht, war doof von mir. Falls in der Luft. Du hast Sprintboots, mein Gott. Ja, wenn sie diese Tillerin nehmen müssen. Wir hatten doch einen Fluch. Wenn ihr die Holzstämme so erzeugt. Große Holzstämme, Fluch. Ich bin nicht hier bereit, für nur zum Beispiel. Ich bin nicht bereit. Ja, mein Leute, wie sie da. Ich seh dich. Bin ich doof? Oh no, you're going for my ass. Och, ich wusste es, ich wusste es. Diese Axt kann es nicht widerstehen für meinen Hintern. Okay, 30 Minuten reicht. Ui. Muuu. Muuu. Du wärst auch ne Axt, wenn du dich traust. Ich hab keine Axt. Oh, deswegen wirklich? Ich muss mehr sagen müssen. Aber vielen Dank. Muuu. 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 Was ist da für ein Fenster? Muuu. Muuu. Als ob du so schnell bist. Muuu. 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 Ah, ich weiß. ё. Ich wusste nicht, dass das los ist. Och, jetzt holst du erst mal ja. Öhhh. Öhh. Wähajcawες ich was ich hier rein machen sollte. Egal. Oh nee, nich in den Keller, wo du ehrlich bist nur durch nimmst. Neiiiin! Doch, alles Bye 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 bye, good time Bist du so bitter, Zendi? Enemy spawned Hey, what? Barbecue Team Seit wann haut das einen vom Blatt runter? Er hat eine Eldersplatte Wem schwerst du dich nicht manchmal, Mika, wenn Leute stattdienern zu wenden? Bist du ja Mika Wem schwerst du dich nicht manchmal, wenn Leute stattdienern zu wenden? Ah Okay, das gibt noch einen Daumen runter Zweimal den Haken direkt neben einverwenden Okay, ich muss einen zweiten Account machen, Zeitarm runter Ich glaub das aufhört die Haken direkt neben ein zu nehmen Ja Ach so, ich hab noch mehr Kanzler neben Ey, bei mir wird Bei mir wird es doch wieder Was? Haha, eh? Haha Durch das, was ich schnell vor mir hab, damit ich nicht so lange Ah, da muss ich was anderes aus dem Keller holen Keller? Ja Ah Ellie, du da hinten Wo hinten? Ich weiß nicht was du meinst Oh nein, warum weißt du's? Hast du Barbie und Jenny? Ja Ja Hatte Guck mal, ist der Haken schön hier? Nein, nein, immer was anderes Ja, ich kann so einen schönen für mich aussuchen Nee, der ist so rostig Ich will mich nicht Ach, kacke Okay Wieso musst du das Wieso musst du das Ähm? Warte mal kurz, ey Da ist's gut Ja, wird wohl nicht gut Ich muss die ehrlich sagen Ich darf dich nur nicht meinen Daumen Ja Nee, ich will nicht sein der Erste, der stirbt Ich brauche Hilfe Dann sind wir auf deine Seite schön Jep Petrus, machst du? Generator Und wie weit? 50% 50% 50% You remaining Ich hab nur wissen wo du wärst Kannst ja auch schlecht sagen Big House Hab mir gedacht Sei gentle zu mir 90 BOO Da war ich nicht 95 Verlachs wenn du dich traust Sei fair für mich Okay RIP IN PEACE Oh Das muss ich tun Was musst du tun Ach nö ich wusste es Ich hätte mir diesen scheiß Glasscherbe holen oder was auch immer Schaut mal es geht nicht Okay Geh die Für mich Ich bin nur noch so Ich bin nur noch so Peter, außen und auf Okay Wer kommt Tschüss Tschüss Ey Bist du geht mein Totem Ey du hast mal einen umgebracht Wir haben Glaube ich alle Totems zerstört oder Ja Ich hab den nicht noch Totem zerstört Also ich find den Killer irgendwie Ich find alle Killer sind total blöd zum Spielen Ja Flogen auf die zerrte Hoffnung Ich komm mich jetzt aus ohne die Gruppe zu verlassen Ja gut Ich muss zur Zeit zurück Das war das was du entfernt hast Martin Na gut Das war dann Die so beschissene Folge aller Zeiten Sagst du Irgendwie eine Person Zwei Runden Und Und Ja Hab leider nur einen umgebracht Zwei Leli wird wohl Ach Feierabuld Ich Ich Was war mit Güldi Chilli Das ist Fritte Also Martin und Peter wird ich vielleicht noch Nächsten Folge vielleicht noch kriegen Du meinst in Niemals In vier Folgen Ja In vier Folgen bist du wieder dran erst also Ja Na gut Dann würd ich sagen Dann würd ich mal sagen Bis zur nächsten Folge Sure Gut Klar